Willkommen zurück in der Anderes Welt, Freunde! Jetzt sind wir in der... Oh, Chaos! Hä? Wo ist der denn? Jedenfalls... Geht es weiter. Wir nehmen jetzt den linken Weg, den linken Weg! Und dann bin ich drauf... Ey, wenn er auch so in den Dungeon kommt, wie auf dem rechten Weg. Das ist richtig geil. Guck mal. Ich drück so, ich drück da hoch, ich drück hoch, dass er da... Dass er hoch springen soll? Ganz ehrlich... Oh my god... Oh my god... Aaahhh... Chaos. Keiner kennt ihn. Der macht so Randale. Versteh einer die Welt! Versteh einer die Welt. Na ja. Oh, wo sind wir hier? Das ist wieder crazy. Oh, es sieht aber hier geil aus. Sieht richtig geil aus hier. Oh mein Gott. Oh, die haben das geil gemacht. Die andere Welt ist richtig cool. Leuchter, das zeigt ein Stinkefinger. Keiner weiß. Die Musik ist geil. Fail Longstage. Street Fighter. Ah, mit Schlafpunkt. Schau, das macht unglaublich recht. Gewonnen. Was. Ridley, mei. Spaß. Der gefällt mir auch Ridley. Jetzt gehen wir zum nächsten Crazy Ants. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. 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 Oh Gott, was? Wie geil. 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 Bereit? Los! There are all sets. Nein. Warum fühlt sich Ridley gerade so komisch an? Ich verstehe es nicht. Na, raus mit dir. Die ist auch nett. Auch ein Legendary. Krass, wir bekommen echt gute Geister. Genau dies. Aber wer ist da unten? Ja! Ja, Mann! Oh mein Gott, endlich! Oh mein Gott, endlich! Tust du denn so geil einfach nur? Tust du denn so geil einfach nur? Ich weiß nicht, was er drauf hat. Also für ihn doch. Deswegen wird es umso geiler, wenn wir gleich spielen. Was? 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 Ich bin so gespannt, was der drauf haben wird. Oder wie er sich spielen wird. Ich kann es kaum erwarten, Mann, ey. Oh mein Gott! Fuegro, let's go. Fuegro es ist. Was? Und zwar, Moment. Ah, wie geil, wie geil. Ohne Spaß. Das gefällt mir. Oh mein Gott! Ist der Farben abwehr? Bitte laden Sie das Spiel. Ah, ok, grün. Oh, das sieht krank aus. Blau. Oh. Oh. Boah, der hat schon geile Skins. Boah, der hat schon geile Skins. Der sieht richtig geil aus. Geil. Ohne Spaß. Richtig geil. Fuegro Black haben wir jetzt. Let's go. Boah, wie aggressiv der ist. Was? Der will einfach nur umbringen. Ich hab mich echt auch geschaut, was er drauf hat. Vor allem nicht. Ohne Spaß. Komm her, du bist. Oh. Erste Versuchsperson. Let's go. So, was ist dein normal B? Lol. B? Kann ich das auch so einsetzen? Nö. Zu Seite ist das was anderes? Hä? Ach so, lol. Ich glaub, ich glaub, das ist ein normaler B. Okay. Das zur Seite packt einen. Und dann geht's. Dann muss es nochmal B drücken oder was? Oder ein anderer Klop. Ich glaub, egal welche Klop. Legit. Musst du richtig timen. Unter B? Ist. Ah, der quasi Konter. Aber. Nicht ganz Konter. Warte, das ist hoch B? Ah, das Akte ist automatisch. Könnt ihr euch mal beruhigen? Aber der ist verdammt nochmal langsamer. Ja, meinst du denn? Wie geil. Oh, was? Was? Okay, interessant. Fragos. Interessant sag ich mal. Interessant, interessant. Hm. Interessant ist er auf jeden Fall. Aber interessant wird es auch jetzt. Und zwar, wenn wir... Hat es hier ne Dungeon? Okay, bis jetzt sehen wir noch nichts. Aber wir machen einfach mal weiter. Landmaster... Fregro. Hm. Tag. Los! Fregro! 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 Beschwer! Geil! Das ist schön! We монstern. Der schallt mich schon recht langsam, da bin ich ehrlich, da bin ich ehrlich, aber ja, was soll's. Schauen wir mal, spielen wir einfach mal ein bisschen mit unserem Boy Fuegro Rio Venom Erwin Beeddy Megaman, voll nass, was für ein Name, Megaman, voll nass, keiner weiß, wo bin ich, nein, was ist das für eine Stage mal wieder? Was ist das? 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 das ist nicht richtig getimed ich muss das mit dem Timing mal rausführen ich weiß aber auch nicht was das richtige Timing ist oder was passiert wenn das richtige Timing da ist einfach mal testen das ist halt auch richtig hart so angeführt was was lol naja komische Stage komische Stage auf jeden Fall na gut aber wir machen mal weiter hm was gibt es da runter lol wie der aussieht wie komisch der aussieht wo das was ist total falsch ja ist ok man hä das ist nicht das nicht die 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 H Nein Niederlage das war nicht in die Richtung Ey das war nicht Nein was Was? Ich habe in die andere Richtung geschaut. Das kann es doch nicht sein, bitte. Er ist rigged, man. Das Game ist rigged. Das ist doch richtig. Was? Was? LOL. LOL! Was ist mit dir, oder? Gewonnen! Gewonnen! Ich glaube, mit seinem A-Angriffen sollte man ihn eher spielen. Ich habe ihn immer mit den speziellen Angriffen. Aber er ist schon langsam, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn mir irgendwie viel smoother vorgestellt. Na ja. Machen wir weiter einfach. Was für eine Mühe. Hört ihr das? Gegner K.O. erscheint Verstärkung. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Was? 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 because of her. Was? 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 Was ist das? Was? mal wieder spielen ich würde irgendwie nicht so war mit freige leider keine ahnung jetzt sind verschickt jedenfalls freunde jedenfalls waren jetzt guck mal was haben die freigestattet wenn eine andere dann ist damit sich keine nächsten part wir betreten auch die danschen freunde auf jeden fall noch die danschen da freue ich mich darauf was da im nächsten part abgehen wird wir sind in der heiligen landen also ich freue mich auf jeden fall darauf was hier dann abgeben wird in der damen freunde im nächsten part ich hoffe dass euch heute gefallen wenn ja bitte ganz allein und wir sind das nächste mal imma get up back after I'm done I'm done next time you wait won't be alright